Nikols Spielzeugwelt Wer weint denn da? Ola! Ola, warum weinst du denn? Anna und Elsa sind auf einem Ball Ich bin so alleine In dieser Schachtel haben wir ganz viel Frozen Spielzeug Du kannst doch da mitspielen Schau Olaf, wir haben hier einen Schlitten Und noch einen Olaf Der mit dem Schlitten fahren kann Nein, damit möchte ich nicht spielen Anna und Elsa, die beiden fehlen mir so sehr Tja dann Ich habe eine andere Idee Eine bessere Idee Komm mit dir denn Ich bin so sehr Elsa! Elsa! Spielst du mit mir? Ja!